So, jetzt steppe ich noch das Hosenbein drum. Ich habe das da jetzt schon umgeschlagen. Mit Nadeln brauche ich hier nichts fixieren, weil es geht relativ einfach mit der Hand. Man hält das immer so und fühlt hier ist quasi dieser veredelte Overlockabschluss. Und auf den nähe ich jetzt einfach drauf mit dem Doppelstich. Man muss da einfach immer so ein bisschen reinnehmen, so dass man den Abstand da hat. Und dann näht man und dann richtet man sich das Schritt für Schritt. So, jetzt drehe ich es wieder ein bisschen, mache ich den Umschlag wieder ein bisschen. Und dann wieder ein Stück machen. Genau, und so geht es dann immer weiter. Weiter. So. So. So.